Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Lilium. Das Geld wird langsam knapp. Jefferies hat das Kursziel von Meta angehoben, die Lufthansa verkauft die LSG Group, Krenke sieht eine deutliche Erholung beim Leasinggeschäft, Auto 1 konnte die Verluste eindämmen, die Shop-Apotheke hingegen hat die Erwartungen übertroffen und zu guter Letzt geht es um Binance. Es gibt Vorwürfe zu Verschleierung, was Beziehungen nach China angeht. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an und zwar mit Lilium. Lilium hat weiterhin tiefrote Zahlen vorgelegt und das Problem ist auch langsam das Kapital. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der Verlust betrug im Jahr 2022 253,064 Millionen Euro. Das ist immerhin weniger als noch im Vorjahr im Jahr 2021. Dort lag der Verlust bei 411,036 Millionen Euro. Insgesamt hat man über die letzten drei Jahre einen Verlust in Höhe von 820 Millionen Euro vorlegen müssen. Auch im Jahr 2023 erwartet man rote Zahlen. Übrigens ist es so, dass man auch keinen Umsatz macht. Deswegen brauchen wir über den Umsatz nicht sprechen. Also es geht hier nur um den Verlust und natürlich auch um das Kapital. Denn wenn man nur Verlust macht, muss natürlich auch irgendwo Geld herkommen. Und man hatte Ende 2022 noch eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Im Jahresende 2022 hatte man dann tatsächlich noch liquide Mittel in Höhe von 206 Millionen Euro. Aus einem Aktionärsbrief bzw. aus dem Aktionärsbrief von Lilium geht jetzt hervor, dass man fürs erste Halbjahr 2023 ein Budget von 125 Millionen Euro anstrebt. Und das wiederum heißt, dass die aktuell verfügbare Liquidität, zumindest ausgehend davon, dass im zweiten Halbjahr ein ähnliches Budget gebraucht wird, nicht mal mehr fürs volle Jahr halten wird. Es gibt aber bereits aktive und konstruktive Gespräche über eine laufende Anschlussfinanzierung. Das hat Lilium auch nochmal gesagt. Das heißt also, man hat mehrere aktive Gespräche mit potenziellen neuen strategischen Investoren und auch bestehenden Aktionären gehabt. Und da sieht man sich eigentlich in einer ganz positiven Situation und man erwartet auf jeden Fall, dass man eine weitere Finanzierung bekommen wird. Bis zum bemannten Erstflug im Jahr 2024 schätzt der Lilium Mitgründer, dass man noch rund 300 Millionen Euro braucht. Also anders gesagt, rein davon jetzt ausgehend braucht man auf jeden Fall nochmal eine Kapitalerhöhung. Dann geht es direkt weiter und zwar mit Meta, denn Jeffries hat das Kursziel von Meta angehoben und zwar von 225 auf 250 US-Dollar. Die Einstufung wurde auf Buy belassen, selbstverständlich. Besser wird es dann auch nicht mehr. Es ist so, dass der Analyst davon ausgeht, dass die künstliche Intelligenz das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2023 beschleunigen dürfte und weitere Kostensenkungen und auch Aktienrückkäufe könnten den Gewinn je Aktie auch noch steigern. Kommen wir nach Deutschland, gehen zur Lufthansa, denn die haben einen Käufer für den verbleibenden Teil der LSG Group gefunden, also der Catering Service und zwar den Finanzinvestor Aurelius. Die übernehmen die LSG Group. Der Kaufpreis wurde in dem Fall im Übrigen nicht genannt, aber es ist so, dass die Lufthansa ja schon gesagt hatte, sie möchten sich gerne auf die Kernsparte konzentrieren und das ist natürlich ein weiterer Schritt in die Richtung Kernsparte. Die Catering Sparte hat im Übrigen vor dem Verkauf einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Konzern geht übrigens davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative Marge, also das bereinigte EBIT und auch auf die Kapitalrendite auswirken wird. Der Abschluss der Transaktion wird fürs dritte Quartal 2023 natürlich erwartet. Springen wir zur nächsten deutschen Aktie und zwar Grenke. Im ersten Quartal stieg das Volumen des Leasing-Neugeschäfts im Jahresvergleich 2023 Q1 gegen 2022 Q1 um gut 22% und zwar auf 610 Millionen Euro. Damit war der Jahresauftakt den Angaben nach das sechste Quartal in Folge sehr positiv und zwar sogar mit einem deutlichen zweistelligen Wachstum, im Vergleich natürlich immer zum Vorjahreszeitraum. Grenke hat gute Zahlen unter anderem deswegen vorgelegt, weil man einfach einen Großteil des Zinsanstiegs an den Markt weitergeben konnte und genau deswegen sieht es auch sehr positiv aktuell zumindest aus. Nachdem man ja in der Pandemie doch deutlich unter Druck gekommen ist, dann gab es ja noch die Short-Sell-Attacken und so weiter und so fort. Davon hat man sich jetzt mittlerweile aber einigermaßen erholt. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass man noch immer von 2020, so März 2020, Februar 2020 extrem weit weg ist, aktuell mit dem Kurs bei rund 25 Euro. Zu der Zeit lag der Kurs immerhin noch bei rund 100 Euro. Auto 1 konnte den Verlust etwas eindämmen. Unterm Strich stand ein Minus in den Zahlen von knapp 246,6 Millionen Euro. 2021 waren es noch rund 374,1 Millionen Euro. Da seht ihr schon, also leicht eingedämmt natürlich trotzdem noch ein riesiger Verlust. Der Gebrauchtwagenmarkt war einfach extrem schwer. Man hat ein schlechtes Wirtschaftsumfeld, hohe Gebrauchtwagenpreise. Der Gebrauchtwagenmarkt im Gesamtjahr 2022 ist in Europa um 17% eingebrochen, in Deutschland sogar um 20%. Der Vorstandschef sieht das Unternehmen auf Kurs. 2023 möchte man im Tagesgeschäft profitabler werden. Man sieht sich sehr positiv gewappnet. In diesem Jahr schafft man sich auch die Grundlage für ein langfristig profitables Wachstum. Man möchte aber natürlich auch gerne weiter investieren. Die Shop-Apotheke konnte sehr stark überzeugen. Die Erwartungen wurden übertroffen. Die Erlöse im ersten Quartal 2023 sind um fast 22% gestiegen und zwar auf 371 Millionen Euro. Die Analysten hatten damit gerechnet, dass die Erlöse bei rund 352 Millionen Euro liegen. Die Anzahl der aktiven Kunden ist im Übrigen gestiegen und zwar auf 9,7 Millionen von rund zumindest 9,3 Millionen Kunden. Der vollständige Geschäftsbericht fürs erste Quartal 2023 wird aber erst später veröffentlicht. Das heißt also, es handelt sich hierbei jetzt erstmal nur um die vorläufigen Zahlen. Im Übrigen wird der am 2. Mai 2023 veröffentlicht. Haug Aufhäuser hat das Ziel der Shop-Apotheke erhöht und zwar von 125 Euro auf 128 Euro. Ganz kurz im Vergleich dazu. Auch mit dem starken Plus von heute liegt die Shop-Apotheke bei 83 Euro. Die Empfehlung ist natürlich weiter bei. Außerdem bleibt die Shop-Apotheke ein Top-Pick. Und damit kommen wir auch zur letzten Nachricht und zwar zu Binance. Denn die Kryptobörse Binance soll wohl angeblich Verbindungen nach China verschleiert haben. Man hatte sich aus dem Land, also aus China im Jahr 2017 zurückgezogen. Nun ist es aber so, dass es einige Vorwürfe gibt von der Financial Times. Die haben gesagt, dass es eigentlich keinen wirklichen Rückzug aus China gab, also dass man keinen wirklichen Rückzug angetreten hat. Und das Unternehmen eigentlich weiter aktiv in China ist, diese Aktivitäten halt einfach nur verschleiert hat. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Binance wirklich sehr große Anstrengungen unternommen habe, um halt eben die China-Affäre zu verbergen. Grund hierfür könnte auch unter anderem sein, dass es eine verstärkte Kontrolle durch die US-Regulierungsbehörden gibt. Und genau deswegen wollte man es halt wohl noch stärker verschleiern. Erstmal gibt es natürlich eine Unschuldsvermutung, aber sollte das Ganze stimmen, dann könnten die Folgen wirklich schwer werden für Binance. Einmal natürlich mit der USA bzw. mit den US-Aufsichtsbehörden, aber natürlich auch mit der Beschädigung des Rufs. Der Kryptomarkt ist sowieso schon ziemlich in Verruf geraten, weil es halt einfach diese Sachen wie FTX und so weiter gab. Und wenn das jetzt natürlich stimmt, dann könnte die Börse Binance wirklich noch um einiges mehr darunter leiden vom Ruf her. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen, auch wenn ihr den Podcast natürlich bewertet, wenn ihr Bock habt. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.